Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, Alter, alles klar? Bist wohl echt müde, was? Du pennst nicht gerade selten, oder? Bist du jetzt ausgeschlafen? Was hältst du von dem Interview? Oh nee, filmt ihr das? Wie geht's dir? Unsere Filmrollen waren uns zu langweilig. Wir sind jetzt Journalisten und sollen ein Interview mit dir führen. Also, erzähl doch mal. Ich bin müde. So ein Dreh kann schon echt anstrengend sein. Lassen wir ihn schlafen. Die Schauspieler sind müde. Habt ihr gehört? Todmüde und wollen nur pennen. Was sagt ihr dazu? So ein Dreh will ich denät. Jawohl, meine